Wie geht es Ihnen? Mein Beilei noch zum Tod ihrer Mutter. Wir haben uns von dieser Rehabilitationstherapie sehr viel erhofft. Sie haben tapfer gekämpft. Und ich weiss, die letzten Monate waren nicht einfach. Aber ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Therapie Ihnen nicht angegriffen hat. Wir haben es mit einer gravierenden Verwendung vom Morgenmarkt Ihres Zählrolles ist sie. Es würde ich nie mit dir auf Montelema gehen können. Aber dann gehen wir auf Montelema. Und wie hast du dir das vorgestellt? Hey guys, you need a left. Wir sind abenteuerlich. Geil, Paolo. Glockenzeichen Untertitelung des ZDF, 2020